Oh, Percy! Sieht klasse aus! Geil, Manny! Hallo! Hallo! Wo ist es? Na, was ist denn heute Abend noch vor? Oh, ich wollte eigentlich in die Disco gehen. Aber meine Freundin holt mich nicht mit. Oh, wieso denn das? Na, schau dir mal meine Haare an. Hast du kurz Zeit? Ja, aber nicht viel. Ich habe noch Fahrstunde. Komm, wir machen schnell noch was daraus. Okay. Fein. Na, Percy. Wie möchtest du deine Haare sehen? Ich möchte meine Haare wie mein großes Vorbild. Na, wer ist denn dein großes Vorbild? Mein Vorbild ist Min Becker. String Fellow Min Becker, kurz Min Becker, ist der Geist. Wie heißt es, der Superlative bekannt geworden ist, seine Plotfuscher, Haarschule Hitler, Zappys Iwe und diversen Musiker. Als erstes teilen wir mal einen Kreuzscheitel ab. Und dann schneiden wir Stufe für Stufe. Au! Wie au? Borussia! Was hier habe ich dir wehgetan? Ja! Was sind denn das für Sachen? Mit dieser Schere schnell über neue Haare raus. Extra! Habe ich dir mitgebracht. Oh, das ist aber nie! Siehst du das? Borussia? Ja, Percy? Ich habe mal eine Frage. Und zwar, kann man die Stufen hoch rauf gehen? Na klar! Und wo kommt man da hin? In den Himmel! Heute Abend wollte ich eigentlich in die Disco gehen. Aber meine Freundin holt mich nicht mit. Oh, warum denn das? Na, schau dir das mal an. Oh, da können wir doch schnell was machen. Hast du kurz Zeit? Ja, aber nicht viel. Ich habe noch Führerscheinstunde. Okay, komm! Dann bin ich jetzt im Ernst. Ah!